so martin tag es hat die begrüßung jetzt nicht aufgenommen deshalb geht es jetzt hier weiter ich weiß nicht warum aber hier stehen jetzt komische menschen und es sind sehr viele davon ich habe keine ahnung was sie machen jetzt erstmals viel glück bei dem versuch uns zu schlagen was ich kämpfe gegen ihn oder Kampfkunstmisch um wie soll ich auf die ja bleib stehen ja schlagen wer sagt eben als sowas wie daddy ah verdammt los schlagen ja 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 verdammt daneben irgendwie schlag ich die halbezeit nur in der luft rum ja jetzt man nein nicht gut ja oh verdammt daneben nein tatsächlich ist der nicht so stark ja ja schlag machen ja ich bin nicht schlecht nicht schlecht Krillin deine Freunde haben hier ein Talent hier oh toll jetzt habe ich das verschwendet kommst du mir ich mache dich so stark sicher was er war um die Beratern und ich bin zu fertig ich schätze mal ich bin gut Blitziger auch sehr wohl die Gäste als Frau von Tränen O-O-O-O-O und mit sieben meist der Struktur ist ich hoffe die bringt mir noch was Also, ein paar Gegner zerschneiden oder so. Geschafft! Sie waren beide sehr beeindruckt von deinen Fortschritten. Aber bilde dir nichts darauf ein. Dann vernachlässigt man nur sein Training. Auch die Zeit, dir eine neue Fähigkeit beizubringen. Die Destruct Risk. Du wirst eine Disk aus Ki. Sie peilt den Feind an und sorgt für leichte Treffer. Ich weiß, dass du eher praktisch veranlagt bist, also probier's doch einfach mal aus. Ich trainiere dich weiter, wenn du stärker bist. Trainiere nun alleine. Ich warte auf deine Rückkehr. Ich hab das Folgende erhalten. Das ist das Ergebnis meines Trainings. Ja, was ist das jetzt? Oh, das ist das! Äh, Z-Seele von Kuririn. Geringe Chance auf Aktivierung. Nein, ich will's nicht ablegen, ich will's anziehen. Ähm. Ja, dann lass ich's einfach mal so. Also, dann schauen wir mal, was es so bei der Story noch gibt. Ich hab eine Schriftrolle mit verzerrter Geschichte gefunden. Das Duo. Ja klar, geh ich auf Zeitpatrouille. Verstehe, dann kehren wir zur Zeitkammer zurück. Auf geht's! Auf geht's! Das Duo. Was könnte das sein? Ja, 762. Oh. Ähm. Oh, das ist die Ginyu. Rekum! Rekum! Warte! Warte! Jice! Jice! Goh, der kann die Zeit anhalten. Oh, Ginyu ist am Boden. Oh, der Dess. Oh, er hat den Körper getauscht. Denn Captain Ginyu, also der grüne Typ am Boden, der gerade besiegt wurde, kann mit anderen den Körper tauschen. Ich muss schon wieder gegen ihn kämpfen, das muss er noch stärker. Oder? Oh, nice. Oh, ne. Oh, man. Nicht gut. Ach, jetzt ist Goku in seinem Körper. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Hä, mein, ha. Ja. Das ist nicht gut. Nee, Goku ist Ginyu. Nee, ich meine, Ginyu ist Vater? Nee. Ich dachte, wir müssen gegen Goku kämpfen. Also, Captain Ginyu im Körper von Son Goku. Ja, das haben wir schon gesehen. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Nice. Okay. Sehr seltsam. Ginyu Kommando. Reduzieren Sie Ginyu's TP auf ein bestimmtes Maß oder besiege Recuum. Ich schätze, das sollte ich wohl schaffen. Hoffe ich. Hä, ha, 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 ha. Ich kann das Gefühl haben. Oh, cool. Hm? bin ich. Warum? Schieß. Oh ne, nicht gut. Oh ne. Nein, 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 nein. Der ist stark, der ist stark, der ist sehr stark. Der ist verdammt stark. Warum? Kassiert er nicht? Falsche Richtung, du Idiot. Ja. Ich hab das jetzt auf einen Treffer gelandet. Nicht einen. Ja, jetzt. Ja. Irgendwie hatte ich mir sowas schon gedacht. Wie klappt da, Krillin? Ja. Versuch's doch. Diesmal lass ich mir nicht so einfach. Okay doch. Du bist eigentlich nicht. Kassiert ist wirklich sehr begeistert für das. Okay, so der Winner Rockpaint und Scissor wird so riskierend. Wo ist er? Nicht gut. Ich denke, wie zieht er denn nicht richtig gelebt hat. Moment. Kurz Pause. Ähm... Passiere ich oder ja? Ich. Ja. Und zwar sehr hart. Ja. Nicht gut. Fuck. Okay, nächster Versuch. Ja, jetzt schlag ihn. Nice. Scheiß blocken. Oh. Oh. Ach so, ich muss entweder ihn besiegen. Oh. 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 Ja. Ich versuche ja noch irgendwas zu sagen, aber ich kann so krämen, ich gerade wirklich auf den Kampf. Ja, haha. Schlag, schlag, pippen. Ja, nicht mit mir. Bam. Oh ne. Was? Hör auf! Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, 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 ja. Ohhhh. Ich hab einfach nur erst mal vom Sieg. Ist klar. Okay. Dank Babel. Naja. Ist okay. also im Jahr in zufrieden noch mal morgen ja den habe ich jetzt vor ja klar ja scheiße gelaufen ja oh ja anbisschen muss ich noch na auf immer zu blocken lass los oh ich habe kein kina so muss ich gerade oh shit Was? Ich habe das Gefühl, dass ich einen starken Macht habe. Niemand in dieser Richtung. Nachdem ich ihn verletze, werde ich mit dir bemerken. Alles klar. Gut, Glückwunsch, Goku! Ich bin jetzt. Sie sind ein Blitz. Sie sind ein Blitz. Sie sind ein kleiner Fron. Ja. Hier bin ich. Ich werde dir deinen Macht. Bis zum nächsten Mal, Kakarot. Vegeta. Dammit. Vegeta hat mich verletzt. Ja. Das würde man gar nicht von ihm erwarten. Habe ich gewonnen. Auch wenn Goku die meiste Arbeit erledigt hat. Bis jetzt. Ich bin wieder. Bada. Oder wie er heißt. Aufnehmen meine Gegner wegzunehmen. Das war gut. Gehen wir bald. Warum kann? Warum kann das jeder? Oder es scheint so nicht jeder zu können. Muss er. Masse Richtung. Jetzt war richtige Richtung. Schlag ich oder schlag. Schleckt er. Schlagt er. Schlagt er. Nein. Nein. Was? Nein. Was wird das jetzt? Ja, das war's dann. Mit dem Teil des Videos wäre es sonst einfach viel zu lange geworden und wie es dann weitergeht in diesem Kampf und von meinen miserablen Fehlschlägen erfahrt ihr dann mehr in der nächsten Folge Dragon Ball Xenoverse. Ciao! Bis zum nächsten Mal.